Ukraine meldet einen der stärksten Drohnenangriffe des Krieges mit 89 Kampfdrohnen in einer Nacht. Die Angriffe fanden in verschiedenen Regionen im Osten und Süden der Ukraine statt, darunter in der Stadt Mariupol, die seit Beginn des Krieges stark umkämpft ist. Die ukrainischen Streitkräfte konnten einige Drohnen abschießen, aber es wird befürchtet, dass viele weitere Angriffe noch bevorstehen. Die ukrainischen Behörden verurteilen den Angriff als eine weitere Eskalation der Gewalt durch Russland und rufen die internationale Gemeinschaft dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die Aggression Russlands zu stoppen. Der Angriff kommt zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ohnehin schon hoch sind. Die Ukraine hat in den letzten Wochen verstärkt Truppen an der Grenze zu Russland stationiert, um sich gegen eine mögliche Invasion zu verteidigen. Die Situation bleibt weiterhin äußerst angespannt, und es ist unklar, wie sich die Ereignisse in den kommenden Tagen entwickeln werden. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation mit großer Sorge und ruft zur Deeskalation auf. Die Innovation wird über die